Moin Moin und herzlich willkommen zum Testbericht des Google Pixel 6 Pro. Und das neue Top-Smartphone von Google habe ich seit zwei Wochen ununterbrochen im Einsatz. Ich habe es als mein Hauptgerät genutzt, ich habe es auch außerdem selbst gekauft, ich habe alles angerichtet, ich habe Filme geschaut, ich habe Fotos gemacht, ich habe Videos gemacht, ich habe Nachrichten geschrieben, ich habe vor allen Dingen viel die Funktionen, die es nur für das Pixel gibt, genutzt, also sowas wie Now Playing und so weiter und so weiter. Und Google möchte mit diesem Gerät erstmals ganz oben mit angreifen. Das heißt, sie wollen auch Samsung mit ihrem S21 Ultra mal die Stirn bieten, sie wollen natürlich auch an die iPhones ran, sie wollen an die OnePlus-Geräte ran und so weiter. Also das ist das wirklich erste Gerät, wo Google sagt, das ist unser Flaggschiff-Smartphone, das soll ganz oben mitspielen. Und ob es das schafft, das erfahrt ihr in diesem Testbericht. Viel Spaß! Fangen wir an mit dem Design und der Verarbeitung. Und designlich hat Google dieses Jahr einen ganz anderen Weg genommen. Die Pixel-Geräte aus den letzten Jahren sahen so ein bisschen älter aus. Sie sahen so ein bisschen, naja, unmoderner aus. Das ist das erste Gerät, was dann auch in Richtung S21 Ultra, OnePlus 9 Pro und so weiter geht. Das heißt, wir haben ein großes Gerät und das könnte schon ein richtiger Killer für viele sein. Denn ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die das dann auch mal in die Hand genommen haben und gesagt haben, ui, das ist ein Riesengerät, ob ich das nutzen wüsste? Hm, ich weiß ja nicht. Das war ja bei den Pixel-Geräten vorher ein wenig anders, die waren immer kleiner. Gerade das 5er war richtig klein. Das 6 Pro, das neue Flaggschiff, ist groß. Es ist sehr gut verarbeitet, es ist leicht abgerundet. Das heißt, wir haben im Vergleich zum normalen Pixel 6 abgerundete Ecken. Die sind aber nicht so krass wie bei anderen Geräten, wie zum Beispiel den Huawei-Geräten. Das sind leicht abgerundete Ecken. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist groß störend. Das ist in der Alltagsnutzung irgendwie schwierig gewesen. Das Gerät ist aus Aluminium, nicht rostfein Stahl. Also es ist jetzt nicht so super perfekt verarbeitet. Aber weiterhin, wo ich sagen würde, das ist Flaggschiff-Niveau. Das fühlt sich gut in der Hand an. Designtechnisch haben wir hier auch ein 2021er Gerät. Das heißt, wir haben die Frontkamera in der Mitte des Displays. Wir haben hinten auf der Rückseite einen modernen und vor allen Dingen auch einzigartigen Kamerastrich, wie man den so gerne nennt. Das heißt, man erkennt schon von Weitem, das ist ein Pixel-Gerät. Das ist jetzt nicht irgendein 0815-Gerät. Wir haben außerdem googlemäßig wieder zwei Farben auf der Rückseite. Die sieht man jetzt in meiner weißen Version nicht so ganz stark. Nur wenn man wirklich hinguckt. Manchmal, wenn die Sonne sogar draus scheint, überhaupt gar nicht. Das ist bei den anderen Farben, zum Beispiel bei dem Schwarz, sieht man das um einiges mehr. Doch warum habe ich mich für das Weiß entschieden? Erstens, ich finde, es ist eine schicke Farbe. Zweitens, die Fingerabdrücke auf der Rückseite sieht man. Das heißt, wenn man das Gerät vor allem bei der schwarzen Farbe nutzt, dann sieht man die Fingerabdrücke auf der Rückseite und das sieht nicht wirklich schön aus. Klar, natürlich nutze ich auch ein Case. Aber für alle, die sagen, ich möchte es nicht in einem Case nutzen, auf jeden Fall dann eher die weißere Farbe nehmen, weil dort sieht man dann die Fingerabdrücke nicht so stark wie bei der schwarzen Farbe. Oben, das ist mir dann auch erst während der Nutzung aufgefallen, ist ein weißer Streifen. Ich habe mich erst gefragt, wozu ist der denn überhaupt? Dieser weiße Streifen ist für 5G Millimeter Wave. Also für das superschnelle 5G. Das ist halt in Europa standardmäßig eingebaut. Bei den Amis haben sie dann manche, also bei den normalen gibt es zum Beispiel zwei Versionen. Bei den Amis haben sie das, glaube ich, auch alle. Hier oben ist dann so ein weißer Strich. Sieht man nicht, weil man ja meistens nicht oben auf das Smartphone rausguckt. Verarbeitungsmäßig haben wir sonst noch Knöpfe auf der Seite. Die sind bei mir überhaupt nicht wackelig. Die sind gut, die fühlen sich gut an. Auch das ist ja eine Sache, die meistens eher unterschätzt wird. Auch das hat mir gut gefallen. Design und Verarbeitung, top. Kommen wir zum Display. Und das habe ich ja bereits erwähnt, ist relativ groß. Wir haben ein 6,7 Zoll 120 Hertz AMOLED Display mit einer Auflösung von QHD+. Also wirklich das Beste, was man aktuell auf dem Markt kriegen kann. Ich weiß, Sony hat auch 4K Displays. Aber mit der Mischung aus 120 Hertz AMOLED und QHD+, haben wir ein wirklich sehr schönes Display. Sehr kontrastreich. Ich habe gerne drauf Filme geschaut. Vor allem auch YouTube geschaut. Alles überhaupt kein Problem. Das ist auch auf dem Niveau von Samsung oder von OnePlus. 120 Hertz, auch sehr schön. Es läuft alles butterweich über das Display. Das Einzige, wo ich gesagt habe, das könnte noch besser sein, ist die Helligkeit schrägstrich auch die automatische Helligkeit. Da hat Google manchmal so ein bisschen Probleme. Das heißt, ich bin draußen. Ich kann es nicht ganz gut erkennen. Ich muss kurz die Helligkeit ein bisschen raufschrauben. Dann kann man es auch wieder sehen. Es ist aber so, dass bei anderen Geräten, zum Beispiel auch von Samsung dieses Jahr, die automatische Helligkeitserkennung oder auch bei Xiaomi mit dem 11 Ultra, dass dort die automatische Helligkeitserkennung besser war. Nochmal zur Curve. Ja, das Display ist ein bisschen abgerundet. Im Vergleich zum normalen 6er haben wir auch kleinere Displayränder. Also für alle, die sagen, ich möchte schon, dass es so Premium aussieht, die haben dann mit dem Pro auch ein besseres Display. Und vor allem auch gerade bei den Displayrändern sieht es um einiges schicker aus, wie ich zumindest finde. Aber es könnte auch sein, wenn man sagt, ich brauche das nicht unbedingt, dann auch mal schon mal direkt zum 6er luschern. Denn das ist größtenteils auch jetzt bei der Hardware und Performance, wozu wir jetzt kommen, gar nicht so groß unterschiedlich. Innen drin haben wir das erste Mal einen Google-eigenen Chip, den Google Tensor. Den haben sie dann auch auf ihrem Event vorgestellt, gesagt, ja, guter Prozessor. Sie haben jetzt nicht aber gesagt, das ist der beste Prozessor auf dem Markt und schaut mal, wie gut wir gegen Qualcomm sind. Schaut mal, wie gut wir gegen Samsungs Exynos sind. Schaut mal, wie gut wir gegen Apples A-Prozessoren sind. Das haben sie eher so ein bisschen im Hintergrund gehalten. Sie haben jetzt auch nicht super viel verraten, was da jetzt alles drin ist in diesem Prozessor. Was ich nur sagen kann aus dem Alltag. Im Vergleich zu Geräten mit dem Snapdragon 888 ist mir Performance-mäßig wenig aufgefallen, wo ich jetzt gesagt habe, da merke ich jetzt große Unterschiede. Alle Spiele liefen super, keine Lacks in der Software. Da läuft alles butterflüssig, auch gerade mit dem RAM, wovon wir 12 GB hier drin haben, lief Performance-Software-mäßig alles super. Was mir vor allem auch aufgefallen ist, wenn ich 5G genutzt habe, das Gerät wird nicht so warm wie der Snapdragon 888. Das war ja mein großes Problem, wo ich gesagt habe, 5G macht bei solchen Geräten aktuell noch nicht viel Sinn, weil Prozessor wird warm und so richtig große Unterschiede in der Nutzung, dann mit der Schnelligkeit, habe ich nicht gehabt. Deswegen hatte ich das dann zum Teil auch deaktiviert gehabt. Das war bei diesem Prozessor nicht so. Das, was auch Hardware-mäßig sehr, sehr gut mir gefallen hat, war der Vibrationsmotor. Der Vibrationsmotor, das wird bei vielen Geräten immer wieder unterschätzt und hier ist ein richtig, richtig guter Vibrationsmotor drin. Das fühlt sich echt dynamisch an. Man kann sehr gut schreiben, das ist angenehm, es ist toll. Es ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiger Vibrationsmotor, womit ich dann auch echt mal längere Sachen geschrieben habe, ohne dass ich das irgendwie als störend empfand. Apropos störend, der Fingerabdrucksensor sitzt unter dem Display. Und er ist wirklich nicht gut. Ich habe den zuerst eingerichtet in meinem Video, habe ihn da auch ein bisschen ausprobiert, habe ihn danach auch nochmal genutzt und der war zu der ersten Zeit richtig schlecht. Das heißt, ich habe einen Finger draufgepackt, ich habe das Gerät entsperrt und es hat zum Teil nicht entsperrt oder es hat nur langsam entsperrt. Gerade als ich von einem OnePlus Nord 2, einem 300, 400 Euro Mittelklassegerät kam, wo der Fingerabdrucksensor unter dem Display richtig, richtig gut ist, war ich hier erstmal ein wenig irritiert. Dann gab es ja diese Sache, es gibt diese eine Einstellung, die habe ich auch in meinem Tipps und Tricks Video gezeigt. Diese eine Einstellung, die hat das dann verbessert. War es jetzt großartig besser? Nein, es war aber besser. Jetzt mittlerweile geht es, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Aber für ein 900 Euro Gerät muss ich sagen, Google muss hier besser werden. Was ich dann ebenfalls gemerkt habe, da ich das erstmal als mein Hauptgerät nutzen werde, habe ich mir dann natürlich erstens eine Hülle bestellt und zweitens habe ich mir eine Displayfolie bestellt. Und diese Displayfolie, die habe ich dann auf das Gerät drauf gemacht, wollte es entsperren und Fingerabdrucksensor geht nicht. Warum? Weil es kein Ultrasonic Fingerabdrucksensor ist, wie bei Samsung zum Beispiel, sondern einer mit Licht. Und das hat irgendwie mit der Folie nicht funktioniert. Google hat dann darauf reagiert und gesagt, ja, kauft doch die von uns zertifizierten Displayfolien. Wo ich gesagt habe, erstens, das waren irgendwie von drei Händlern, die sind alle nicht verfügbar und die waren alle auch noch schweineteuer. Was Google hier auch immer gemacht hat oder was andere Hersteller jetzt in dem Fall nicht gut gemacht haben, keine Ahnung. Die Folie habe ich wieder abgemacht. Geht nicht. Finde ich richtig doof. Jetzt muss ich nach einer anderen Lösung suchen. Finde ich zumindest sehr schlecht, dass Google da irgendwie nicht dran gedacht hat oder wenn schon dran gedacht hat, nur mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeitet, wo nichts verfügbar und ultra teuer ist. Finde ich irgendwie komisch und das ist definitiv ein Problem, was ich hier ansprechen wollte. Was aber wiederum positiv ist, sind die Lautsprecher. Die haben mir gut gefallen. Sie sind nicht auf einem Niveau von einem Xiaomi-Gerät, wo die Lautsprecher wirklich auch das Mi 11 und Mi 11 Ultra, das waren richtig, richtig gute Lautsprecher. Hier sind sie gut. Das heißt, ich kann sie laut machen. Ich kann auch unter der Dusche noch meinen Sound hören. Ich kann immer ein bisschen mit Videos schauen. Das ist alles kein Problem. Sie sind halt vor allem laut, was gut ist. Sie haben jetzt aber nicht den allerbesten Sound. Also Lautsprecher sind gut, aber nicht auf dem Niveau von anderen Herstellern. Kommen wir zu den Kameras. Hier haben wir drei Sensoren auf der Rückseite. Wir haben einmal einen 50 Megapixel Hauptsensor, eine 48 Megapixel Telefotolinse und eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Was kann das jetzt vor allem besser zum normalen Pixel 6? Wir haben diese Telefotolinse. Auf die habe ich mich dann auch richtig viel fokussiert, weil ich gesagt habe, das ist ja der Grund, warum man dann das Pro-Modell kauft oder warum einige das Pro-Modell kaufen, wegen dem Zoom. Die Hauptkamera macht gute Fotos. Vor allen Dingen, wer so diesen Pixel-Fotostyle mag. Viel Schärfe, sehr kontrastreich. Auch gerade Nachtfotos sehen wirklich sehr schön, sehr hell aus. Damit macht man vor allem mit Googles AI richtig gute Nachtaufnahmen. Das Problem bei diesen ist, es dauert und es dauert und es dauert. Das heißt, ich sehe zum Beispiel gerade eine Szenerie nachts, ich möchte ein Foto machen, halte das Gerät hin, drücke drauf und es dauert, es dauert, es dauert und dann ist das Foto fertig. Das finde ich gerade bei einem Google Tensor-Chip, wo die gesagt haben, ja, aber AI und der ist gut aufs Gerät abgestimmt, noch ein bisschen schade. Da muss noch mit Updates nachgeliefert werden, weil es so lange dauert. Warum? Ich verstehe es in dem Fall nicht ganz. Weil gerade bei bewegenden Objekten dann die Bilder einfach schlecht werden und ich dann da stehe und sage, ja toll, warum habe ich das jetzt 5 Sekunden hingehalten, wenn das Bild dann eh schlecht wird. Hier muss Google noch ein bisschen nachbessern. Aber sonst, wenn sich gerade mal nichts bewegt, macht man wirklich sehr schöne, sehr helle Nachtaufnahmen. Der Ultraweitwinkel macht gute Fotos. Nicht sehr gute. Da liegen OnePlus und Xiaomi auch noch ein bisschen vorne oder auch Samsung. Die machen dann noch bessere Fotos. Die Fotos sind aber weiterhin gut und gerade, wer diesen Pixel-Style mag. Draufhalten, Foto machen und das ist ein gutes Foto. Sehr viel Schärfe, sehr dynamische Farben. Der wird diese Ultraweitwinkelkamera auch mögen. Kommen wir jetzt zum Zoom und der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Sehr scharfe Fotos. Auch gerade bei den 20-fach, wo man eher sagt, man dreht es maximal auf, aber dann kommen keine guten Fotos raus. Hier konnte ich auch wirklich gute Fotos mitmachen. Ich habe mal bei unserem Hamburger Rathaus rangezoomt und es war beim 20-fachen Zoom trotzdem noch sehr scharf, sehr detailreich. Ein benutzbares Foto. Das einzige, wo ich ein bisschen mit einem Problem hatte, ich wusste nicht immer genau, wie aktiviere ich den. Ich habe dann rangezoomt und irgendwann kam das dann halt. Aber es war jetzt nicht ganz klar absehbar, wann er den nutzt und wann er den mal nicht nutzt. Ich finde, das muss Google noch ein bisschen übersichtlicher machen. Mein Fazit also zu den Fotos. Das Pixel 6 Pro macht mit die besten Fotos dieses Jahr und kann auch mit Konkurrenten mithalten. Google hat ja aber nicht das beste Kamerasetup des Jahres abgeliefert, weil manche Hersteller wie Samsung oder wie Xiaomi, die haben dann nochmal einen weiteren, besseren Zoom. Oder in manchen Szenerien sind dann auch noch andere Smartphones gleich auf, wenn nicht sogar besser. Aber man kann sich für den Preis definitiv mit dem Kamerasetup zufrieden geben. Bei den Videos bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Die Schärfe ist da, das HDR ist da. Nur die Stabilisierung ist ein bisschen, naja, da sind andere Hersteller wie Samsung noch ein bisschen vorne. Von Apple möchte ich gerade überhaupt gar nicht reden, weil die sind bei den Videos der beste Hersteller und fast schon konkurrenzlos. Da kann Google definitiv noch mehr rausholen, gerade aus diesen Linsen. Wir können hier auch 4K mit 60 Bildern aufnehmen, 1080p mit 120 Bildern. Für den Alltag reichen die Videos definitiv aus. Und gerade wer sagt, ich möchte einfach ein neues Smartphone haben und ab und zu mal ein Video im Urlaub machen, der wird damit zufrieden sein. Wer jetzt aber wirklich in die Richtung professionelle Videos gehen möchte, also keine Ahnung, Influencer ist und deswegen täglich das als Arbeitsgerät benutzen möchte. Wer jetzt in Richtung Videomachen geht, so in Richtung Film, der sollte eher zu einem iPhone schieren, wenn nicht sogar auch eher zu einem Samsung-Gerät. Hier haben wir aber auch mit die besten Videos im Android-Bereich, da können andere Hersteller noch nicht mithalten. Doch was ist jetzt mit den Pixel-exklusiven Features, wie zum Beispiel den magischen Radiergummi? Man geht in ein Foto rein, klickt drauf und die Person ist weg. Natürlich wird das jetzt nicht Photoshop-Philipp ersetzen. Es ist zumindest aber trotzdem ein sehr cooles Feature. Und gerade wenn man Personen im Hintergrund hat, die wirklich auch eher klein sind, da kann man dann auch draufdrücken. Das sieht man dann nicht direkt auf den ersten Blick. Große Personen herausfiltern ist dann schon eher schwieriger. Das sieht man dann aber auch wirklich. Es ist aber zumindest ein Feature, wo ich sagen würde, cool, dass es so simpel, so easy geht und auch echt wirklich funktioniert. Also auch benutzbar ist. Bei den Action-Fotos habe ich mal ein paar Fotos von dem Wasser gemacht und das fand ich war ein sehr nettes Feature. Das Action-Fotos-Feature konnte ich noch nicht ausprobieren. Da hatte ich bisher noch nicht die richtige Situation dafür gefunden. Kommen wir zum Akku und der klingt auf dem Papier super. 5000 mAh und gerade mit einem Google Tensor-Chip, was Apple aus ihren kleinen Akkus mit ihren Chips rausholt, ist echt beeindruckend. Doch hat das auch Google geschafft? Naja, der Akku war am Anfang echt nicht gut. Android-Telefone brauchen aber immer ein paar Tage, um sie Stromnutzung anzupassen und danach ging es. Ich bin mit dem Gerät immer einen Tag gut durchgekommen, überhaupt keine Probleme. Doch wenn man abends nochmal ausgehen möchte, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Da muss man auch zwischenladen und das ist bei dem Gerät nicht wirklich gut. Laden geht mit maximal 30 Watt über das normale, äh, originale Google-Kabel, was nicht mit dabei liegt, wo ich immer noch ein bisschen sage, ihr könnt an allen Ecken und Enden sparen, aber ein normaler Kunde möchte ein Ladekabel haben. Ähm, da die 30 Watt, die sollen auch eh nur 25 Watt sein, da hat Google irgendwie ein bisschen gemogelt. Dann sollte man mit einer halben Stunde bei 50 Prozent sein. Ich war jetzt eher so bei 42, nicht mit dem normalen Google-Kabel, sondern mit einem anderen Kabel. Das ist noch ausreichend. Das Gerät ist also kein Akku-Monster, aber ein normaler Kunde wird da mit dem Tag durchkommen. Positiv ist aber auf jeden Fall, Google hat hier drahtloses Laden, was auch, glaube ich, irgendwie mit 25 Watt geht. Aber der Pixel-Lade-Stand, der ist immer noch nicht verfügbar. Und auch Reverse-Laden ist gut damit möglich. Das heißt, ihr könnt eure Kopfhörer, wenn sie drahtlos Laden unterstützen, auf die Rückseite packen, in der Software aktivieren, dann werden sie geladen. Sehr schön, fehlt mir immer noch bei vielen Herstellern. Google hat es eingebaut, top dafür. Aber man merkt, es ist der erste Google-Chip, denn die Hardware-Software-Anpassung ist beim Akku bisher noch nicht so ganz gut. Vielleicht kommt das ja noch mit ein paar Software-Updates. Apropos Software, wir haben hier Android 12 mit den Google-Anpassungen. Nein, es ist kein Stock-Android, wie immer viele sagen. Es ist Googles Android, wie ich es immer gerne nenne, mit Material U. Und das macht richtig Laune. Das heißt, ihr habt euer Hintergrundbild und könnt alles an Icons, was zumindest von Google-Apps ist, und die gesamte System-Software an dieses Hintergrundbild mit so Farben, die Google dann generiert, anpassen. Auch mit Widgets. Und das, finde ich, sieht sehr, sehr cool aus. Es ist wirklich einzigartig, aber ein bisschen verspielt. Das heißt, ihr müsst da so ein bisschen drauf stehen. Ihr könnt das natürlich auch deaktivieren und auch ganz normal nutzen. Mir persönlich gefällt das und das war auch einer der Gründe, warum ich es gekauft habe. Auch die neuen Widgets machen sich wirklich sehr gut. Sie sehen sehr dynamisch aus. Zum Beispiel jetzt auch gerade die Uhr, die sich hier so bewegt, gefällt mir wirklich sehr gut. Wir haben aber in Googles Android auch noch einzigartige Features, wie zum Beispiel Now Playing, was so ein bisschen Shazam ist, bevor ihr überhaupt nachgedacht habt, ob ihr das Lied Shazam wollt. Das heißt, es läuft die ganze Zeit im Hintergrund auch offline, weil es so eine Datenbank hat. Und dann erkennt es Lieder, die gerade im Hintergrund spielen. Die Recorder-App, die jetzt auch Deutsch transkriptieren kann, aber auch dazu mehr in meinem Tipps-und-Tricks-Video und auch die Spracherkennung, die mit Deutsch verbessert wurde. Worauf ich gehofft habe, ist, dass wir mehr als die drei OS-Updates kriegen, die Google immer bisher sonst versprochen hat. Weil wir haben ja jetzt einen Google-Chip, da sollte es ja keine Limitierung mehr geben. Wir kriegen fünf Jahre an Sicherheits-Updates, das ist positiv, aber leider nicht mehr als drei OS-Updates. Das hätte ich mir wirklich gewünscht. Das wäre ein Alleinstellungsmerkmal gewesen, weil drei OS-Updates bieten jetzt auch, glaube ich, Oppo bei ihren Geräten, also auch OnePlus bei ihren Geräten, auch Samsung bei ihren Geräten. Das fehlt mir hier wirklich. Vier wären eher Pflicht gewesen, finde ich. Fünf wären sehr schön gewesen. Dann geht man auch schon in Richtung Apple, weil natürlich, wir nutzen Smartphone mehr als drei Jahre. So ein Gerät wird dann auch weitergegeben an Schwester, Freund, Familie. Die landen doch hoffentlich nicht auf Müll oder sonst werden sie verkauft. Die wird bestimmt noch jemand nutzen wollen. Es möchte nicht immer jeder das Top-Gerät nutzen. Aber was schön ist, bei Google kriegt ihr die Updates am Tag 1, nicht Monate später, wie ihr die bei anderen Herstellern kriegt. Zum Beispiel, ja, das S21 kriegt jetzt Android 12, aber die 20er-Reihe aus letztem Jahr, die wird dann wahrscheinlich noch bis Januar warten. Hier kriegt ihr sie direkt am ersten Tag und, wenn ihr es wollt, könnt ihr sogar am Beta-Programm teilnehmen. Fazit. Das Google Pixel 6 Pro ist wenig überraschend Googles bestes Smartphone bisher. Es hat ein super tolles Display, es hat gute Performance, es hat gute Kameras, es hat, finde ich, sehr gute Software und einen sehr guten Vibrationsmotor. Ihr kriegt hier für 899 Euro ein sehr gutes Gerät. Was ich besser als neutral angesehen habe, waren die Videos. Die waren gut, nicht sehr gut, aber auch nicht schlecht. Auch neutral ist, es ist rutschig, es hat keine matte Rückseite. Das könnt ihr so oder so finden. Ich persönlich mag aber matte Rückseiten lieber und hätte mir hier eine gewünscht, weil es dann auf den Tisch rutscht. Es ist außerdem auch ein Curved Display, das müsst ihr auch mögen. Mir hat es gefallen. Ich weiß aber, dass es auch Leute gibt, die das nicht gut finden. Außerdem ist es groß. Negativ habe ich empfunden den Fingerabdrucksensor. Da muss Google, vor allem weil sie dann auch keine Gesichtserkennung noch anbieten, echt noch irgendwie eine Lösung finden, dass sie den entweder softwaremäßig besser machen oder einfach noch eine Gesichtserkennung anbieten, selbst wenn sie nicht so sicher ist wie bei Apple. Außerdem die Ladegeschwindigkeit. 30 Watt sind okay, aber andere Hersteller, wie zum Beispiel OnePlus, Oppo und so weiter, die bieten schon mehr. Da wünsche ich mir, dass Google beim nächsten Gerät noch ein bisschen nachlegt. Aber würde ich euch raten, das Gerät zu kaufen. Wenn ihr ein Top-Smartphone von Google wollt, ja, kauft es. Aber wenn ihr sagt, ich möchte ein kleineres Gerät haben, ich brauche nicht so ein großes Display und ich brauche nicht so ein scharfes Display, ich brauche nicht die 120 Hz, ich möchte auch vielleicht nicht die super tollen Displayränder haben, dann wird das mit dem normalen Pixel 6, was ich hier ebenfalls auf dem Kanal testen werde, auch ein sehr interessanter Vergleich werden. Also abonnieren, um den nicht zu verpassen. Das war's mit dem Testbericht des Google Pixel 6 Pro. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss! Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss!